Es geschah auf dem Planeten Skaro, wo meinem alten Widersacher, dem Master, der Prozess gemacht wurde. Wir staunten nicht schlecht, als wir den letzten Wunsch des Masters vernahm. Er forderte, dass ich, der Doktor, seine Überreste zurück auf unseren Heimatplaneten brächte. Nach Galifrey. Ein Wunsch, den man ihm niemals hätte erfüllen dürfen. Wer bin ich? Doktor? So nennt er sich dieser Schuff, Doktor. Ich kenne sie. Grease, hör auf! Wenn das Auge der Hammung nicht geschlossen wird, wird dieser Planet komplett von ihm aufgesogen. Bald werde ich all deine Lieblings essen. Wir müssen in die Zeit zurück, bevor das Auge geöffnet wurde. Keiner kann die Zeit zurücknehmen. Doch, ich kann's. Eintritt in die Zeit, unglaubbar. Das ist deine letzte Chance, am Leben zu bleiben und das weißt du! Und du schon immer die letzte Chance! Mehr als du! Untertitelung des ZDF, 2020